Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zur Gusauer Bergweihnacht, die findet am ersten Advent-Wochenende statt und am zweiten Advent-Wochenende. Wir sind hier im Areal vom Heimatmuseum Schmidbauern. Wir haben hier zahlreiche Aussteller, überwiegend regionale Aussteller, Handwerker, die sich Sachen und Produkte selber produzieren, ausstellen und verkaufen. Oft haben wir ein optimales Kinderprogramm, wo du Esel reiten kannst. Wir haben Pferdeschlittenpforten zu einem Bauernhof. Wir haben auch im Heimatmuseum Brot gepackt und verkauft hier direkt. Im Stahl sind die Aussteller drin, die reichlich Produkte ausstellen und auch verkaufen. Wir freuen uns, wenn du uns besuchst. Wir haben hier eine winterliche Amwälder hier. Das ist eine super Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, was im Advent für die Weihnachten einstimmt. Das ist eine super Weihnachtsmittel. Ich weiß nicht, was es ist, was es ist, am wichtigsten. Vielen Dank.